Ich bin Anahita Sadiri, 27 Jahre alt, glaube ich, die jüngste Galeristin in Berlin. Ich habe islamische Kunst studiert in London. Ich wünsche mir wirklich von den Frauen in Deutschland, dass wir mehr zusammenhalten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sowohl im Beruflichen als auch im Privaten. Eine Hengstin ist sehr dynamisch, sehr frech, selbstbewusst. Letztendlich ist es eine Frage von Persönlichkeit.